Moin moin Freunde, hallo und herzlich willkommen zu diesem ersten LS19 React Video Ich habe es gerade auf Facebook gefunden, dieses Video, dieses Farming Simulator 19 Official CGI Revival Trailer Ich habe ihn noch nicht gesehen, ja sieht gut aus an den Anfang, mal Facebook halt und so Aber ich möchte mit euch gemeinsam gucken und dann mein Feedback da lassen Also sagen wir mal, starten wir das Ding jetzt gleich Well, you made me weak, and you made me wrong Wird schon geil los? Well, you called me to leave, child, my happy home But someday, baby, you ain't worry my life Joach, das... Bisschen Gänsehaut gekriegt Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist... So ein Trailer ist besser als ein Call of Duty Trailer, den ich gesehen habe Ich weiß nicht, zu welchem das war, Ghost oder so, ich weiß nicht mehr Alter Schwede, wenn das irgendwann mal so aussieht Na gut, ist jetzt ein Trailer, ne? Ist natürlich alles müssen Also wenn man sowas sieht, bekommt man da schon ein bisschen Lust auf das Spiel Im Standjahr im Herbst 2018 kommt's raus Ich denke mal, es wird wieder wahrscheinlich Oktober sein, so wie immer Und ja, was ich dazu sagen kann Hammergeiler Trailer oder was Ich freu mich auf mehr Ich freu mich auch langsamer, oder beziehungsweise Schon auf das erste Gameplay-Material Irgendwie sowas in einer Art Aber für so'n Trailer war das schon mal hammergeil Die Musik hat alles super gepasst, also Ne bessere Werbung kann's erstmal schon mal gar nicht geben Für den LS19 Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten LS19-React oder Ein Fami-Simulator 2017-Video Man weiß es noch nicht Und ja, bis dahin Tuteluhu 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 Tuteluhu